halli hallo willkommen zurück bei darf der games your fishing eurem angelsimulator mein name ist mühser und wir gehen wieder angeln und zwar wieder am monte bravo in spanien vorausgesetzt ich habe mir richtig gemerkt wenn jetzt mal ganz in der nähe der staumauer und schauen wie es hier funktioniert ob es klappt ich war schon mal in der staumauer auf der anderen seite gegenüber damals früher und da das ganz gut klappt so das lassen wir alles so an angel 1 nur auswerfen dürfen naja ich habe auch wieder ein multiplayer game startet vielleicht kommt dann online vielleicht auch nicht wer weiß es schon noch sind wir alleine hier aber ist unheimlich tief vor der mauer darf man nicht vergessen so angel 2 nehmen wir wieder in leben köder dann angeeilt hat man ja die falsche mückenlabe aus die attrappe herr gott ich weiß auch nicht was ich ich bin nervös ich will es euch recht machen so und dann angel 3 nehmen wir mal mittelgroße maiskörner doppelt bin ich mal gespannt wie ich neugierig bin ob das klappt die habe ich nicht beim letzten mal erst gekauft und wir haben schon einen fisch an alle und zwar an angel 2 mit dem leben köder ja dann kurbeln wir mal dass wir ihn einholen können und an angel 1 befindet sich jetzt auch ein fisch das jetzt läuft ja zu unseren wünschen wie gesagt hier ist es unheimlich tief vor dem see vor der mauer auch der süß wird fein und wasser möchte man gerne außerdem zwei kilo naja klein viel macht nämlich auch müssen ist der wissen so und ein erneutes kurbeln dieses mal an dem haken mit der mückenlarven attrappe gummiding nicht echt an angel 2 wieder etwas das läuft ja wie geschnitten brot hier ne desto weiter desto weiter ist das kann nicht klappen so ich habe meine angel bricht noch die nage noch angezogen jetzt aber und wieder eine brasse von 4,17 kilo ja den legen erstmal hin hat aber angel 2 auch geklappt mit schlechtem auswerfen trotzdem etwas an angel zu bekommen Niveau an diesem see haben wir schon einen bossfisch gefangen unseren einzigen bisher namens hugo den namen habe ich nicht ich mir ausgedacht sondern die entwickler des spiels oder wer auch immer oder die enkel kinder von dem entwickler ich kann es ja nicht sagen aber hier war lisa hugo ich nehme schon wieder was in angel 1 und das ist auch gut so na komm aber der kämpft aber ordentlich ne das muss man dem fischer lassen er ist ein ordentlicher kämpfer dagegen ist rocky balbor ein weichei gegen diese fisch ja der hinten stimmt auch im grund der sagt das sind 5 meter tief ist er jetzt ah langsam langsam jetzt was so da haben wir ihn ein gemein karpf und 8,4 kilo hat schwer gekämpft der sack muss mich nicht mehr lassen so jetzt schauen wir erstmal was an diesem haken ist mit den neuen köder deswegen nehme ich den jetzt zuerst was wir da schon jetzt haben ich bin gespannt wie ich neugierig bin was es das wohl gibt ja die andere angel immer noch im pfeil von der piep sind noch am hupen aber wir haben hier nur zwei arme da pro angel beide arme braucht ist es nicht ganz verkehrt dass wir uns erst auf eine konzentrieren hier hör mal komm mal gehen der wollte uns fast auf den grill springen hier vorne habt ihr das gesehen und die da vorne machen sie einen kronen springen stefan raab wäre neidisch wenn er das gesehen hätte der haut ab in die tiefe ich glaub das hier unten fest gehakt hat sich den boden geschraubt der sack komm jetzt du lümmel du lümmel oh ein spiegelkarmon 7,5 kg shit der war nichts dann will ich ihn mal neu auswerfen ja falscher grund aber nütze erstmal nichts so angel 2 komm herbei oh oh bei okay angel 2 sind da die angel mit dem leben köder mit der roten mückenlarve die habe ich da drüben gegenüber im wald gefunden bin selbstständig auf köder suche gegangen ja ja nur den mais habe ich über amazon bestellt nein natürlich nicht in einem angelzubehör shop am eda hier habe ich den gekauft genauso wie die künstlichen roten mückenlarve ja er kämpft auch ordentlich hier ne ein gemein karten von 5 kilo so da lege ich ab hier das ding so und wieder an die ange 1 und wir kurven wir kurven wieder 13 meter weit weg und das obwohl ich angefasst nur vor uns hier reingeschmissen habe der zieht schon wieder ordentlich aber auch dem hermann antworten über zwei neue mitspieler malaysien house crow ja aus kreer aus malaysia und irgendwas französisches und französisch kann ich nicht weder lesen noch schreiben und rechnen jetzt recht nicht französisch rechnen auch nicht schlecht naja um ehrlich zu sein warte ich ja immer noch unseren ersten welts ne dass wir den irgendwann mal unsere eigenen dürfen in unserem hinhalten dürfen bevor wir ihn dann wieder in der freiheit entlassen ein spiegelkarten und 5,2 kilo und zurück ins wasser mit der du schlingel ach die andere drei müssen wir auch neu auswerfen ne naja da sollte zwar nicht hin das heißt neu auswerfen reichen wenn wir ziehen das auf den richtigen grund sind so jetzt trinke ich einen schluck ne ich trinke keinen schluck weil wir machen jetzt hier einen cut und warten das nächste mal dass es weiter geht beziehungsweise ob es genauso erfolgreich sein wird wie jetzt nein den fischern angezweihung und sogar noch ein den holen wir jetzt noch bevor wir den cut machen bevor wir erstmal beenden komm dicker oh ich habe die bremse schon auf 14 runter gestellt gehabt und war trotzdem nur im roten bereich ich habe sie auf 12 runter gedreht in der hoffnung dass das klappt und er sich abhaut so können wir hochdrehen ja er wird langsam müde hoff ich er hat sich auch im grund festgeschraubt oder spax ja jetzt haut er mir nochmal ab ja es war schön dass er fisch hier umspringen aber da habe ich nichts von weil ich mit dem wieder nach hinten bin ein gemeinkarten von genau rund 6 kilo ja hat geklappt wir werfen unsere angel aus oder auch nicht wir machen jetzt erstmal einen cut ich danke euch für das zusehen und ich würde sagen bis zum nächsten mal in diesem sinne holly dolly ho und auf wiedersehen ciao